Wusstet ihr, dass Ameisen gläubisch sind? Sie sind Insekten. Also Markus, doch... Ich dachte ein bisschen mehr die Woküse schon mit rein. Ja, ja. Ich wurde hier gezwungen. Das wisst ihr ja gar nicht. Ich war hinter den Kulissen. Ach, Leute. Ja, das ist eins, dass die Aussage war von dem Satz. Herzlich willkommen, ja? Bei der Aussage. Ja, ja. Herzlich willkommen bei diesem Abscheißen hier. Abspacken hier. Wie soll man sowas nennen hier? Das ist ja auch kein... Let's Play mehr hier. Das ist vollkommen scheißig. Was? Klar. Aber ich habe eine gute Aktion gemacht, wo ich auch noch lange Zeit drauf stolz sein werde. Mich da reinschlafen? Ja. Nee, unter dir alles weggebaut. Das ist geil. Das ist ein neues Spiel. Effizienz 4. Schaufel gegen Human. Wo ist mein ganzes Glas geblieben? Habe ich das noch unten? Das ist ja noch unten im Ofen, oder? Oder habe ich das schon verballert? Kann ich sagen. Hier hat der Creeper weggenommen. Hier ist noch mein Gold, wo ich nur noch die Kohle fehlte. War da hinten nicht noch irgendwas? Ah. Guck mal, dann nehmen wir das doch. Guck mal, dann nehmen wir das doch. Guck mal, also dann nochmal das nehmen. Auch nochmal. Und das nochmal nehmen und das dann auch noch. Und den noch unter diesen noch unter diesen noch. Nee, Tore. Nee. Nein. Und dann noch ein Schwein dazu. Dann halten wir was? Ähm. Döner. 6,50. Okay. 6,50. Niklas, brauchst du noch was Glas? Nee. Kann ich was Glas haben? Doch, ja, eigentlich. Was hast du denn da? Hast du noch irgendwo Glas? Nee, das habe ich alles dabei. Stimmt. Nee, das habe ich alles dabei. Niklas, sprich doch was? Oder hast du noch was Sand? Nee, ich muss noch was haben von einem Glas hier. Oder haben wir noch hinten noch was Glas? Ja, komm mal hier in unseren Kackstift. Ja, Kackstift, da ist der Kackstift. Der Prängel, wenn ich bitten darf. Der Prängel. Ach, du baust gerade den zweiten. Du schmeißt das jetzt mit höchster Präzision da runter. Warte, warte. Ich krieg dich doch nicht zu. Du kannst doch hier so ein Seil an den Bogen machen und schießt mir den Bogen einmal rüber. Wo ist der denn? Da. Da, Mann. Ach, da. Das ist ja, schlittert doch. Werf das doch nicht runter. Das teure Glas, ey. Ich schmeiß das mit Glas um sich hier. Das Buch. Das Buch. Die Buche, was hast du gesagt? Das Buch. Weiß nicht mehr, ob ich verreckt ist. Ach ja, stimmt. Das Buch. Das war die geilste Aktion, ey. Ich verrecke mich. Zieht doch einfach raus. Okay, ich bin zufrieden. So. Ja, das müsste erstmal reichen. Yo, ich hab mir Gras geschnorrt. Gras geschnorrt? Nee. Das brauch ich nicht mehr schnorren. Nee, Glas, wollte ich natürlich sagen. Nicht wahr, Kevin? Ach, wie? Wo wär? Übrigens, dieser Eingang hier runter, der ist echt behindert. Wieso? Ja, weil das scheiße aussieht. Worum redest du? Ja, egal. Du hast eh wichtigere Sachen zu tun. Wie funktioniert denn die Monster Farm? Musst du mir gleich mal erklären. Im nächsten, in der nächsten Folge, Leute. Geh mal live in die Monster Farm. Oh, weh, die funktioniert nicht, Kevin. Ich mach dich flach. Sollte eigentlich. Wie funktioniert das? Sorry, die Werkbank, kann ich die haben? Ich hab schon, ich hab schon zwei ganze Tomys gekillt. Warte, ich mach. Ja, die sind direkt, ich bin fertig geboren, bin runtergegangen, dann waren die Tomys da. Oh, das wird, glaub ich, nicht reichen hier. Für die Glasfläche. Aber ich fang schon mal an, das ist, also, ich zeig schon mal Willen. Ich darf mich nicht verbauen. Scheiße. Was ist scheiße, Kevin? Sag es uns. Ich hab eins hochgebaut. What the fuck? What the fuck? Kevin, sowas machst du hier, ohne irgendwie nachzudenken. Was denn? Ja, dich verbauen. Ja, ganz alleine. Oh mein Gott. Das hast du ganz alleine geschafft. Der Rebell. Der Rebell. Kevin the Rebel. Wo du das gerade scheiße aussprichst, ne? Ich find, den alle so toll finden, ne? Ich find, der schlechteste Film aller Zeiten ist Le Miserable, ne? Was? Alter, Le Miserable. Kenn ich nicht. Der Film muss alle singen. Ja, der war, genau. Mit Hugh Jackman. Der voll abgeräumt hat bei den Oscars. Ja. Die singen! Den ganzen scheiß Film. Laa. Laa. Ne, die singen einigermaßen normal. Ich kann auch singen. Laa. Ne, war ein Scherz. Ich hab noch ne Schaltplatte gefunden. Oh, ich bin so nice. Ich bin so nice. Ne rote Schaltplatte. Sorry, ihr habt doch gedacht, wenn ich im Lagerhaus zuerst das gebratene Hühnchenfleisch holt, der kriegt. Ne. Wann war das denn? Äh, als du Offscreen einfach gespielt habt. Huuuuh! Boah, die Mucke ist geil. Die Mucke und dann der Sonnenuntergang. Epic. Wo ist denn der Sonne? Wo ist denn die Sonne? Da. Boah, ich bin Skype. Ich schreib Kevin an. Wie nice. Wie scheißen Grecken geil ist das denn, ey, mal ohne Spaß jetzt hier. Ohne Spaß. Ohne Spasten jetzt hier. So, gleich werden wir in einem Zuge da oben das Glas fertigstellen. Und Sand warmen. Ja, ja, ich weiß, ich hab Eier. Aus Messing. Was ist denn das hier? Das ist doch immer noch nicht fertig gebaut hier, Niklas. Was denn? Ich bin ja auch hier oben. Was denn? Ja, du wolltest doch meinen Eingang dahinten fertig bauen, hab ich gehört. Wie, deinen Eingang fertig? Du wolltest doch meinen Eingang fertig bauen. Der weggesprengt wurde. Der weggesprengt wurde. Halt's Maul, Kevin. Der weggesprengt wurde. Mann, Niklas. Der weggesprengt wurde. Mann, Niklas. Okay, reicht. Ich häng dich gleich auf. Na, das muss ich mal an den Sack. Mach's sofort. An den Baum. Am Sack, am Baum. Kopf über. Das stell ich mir relativ unbequem vor. Ja. Bisschen kotzt. Was sagt ein Kumpel von mir immer? Was hast du eigentlich für Kumpel? Nette Leute. Okay. Nette Leute. Ich kann ja mal gucken, wie viel Creeper ich jetzt in dein Haus reinlocke. Kannst du mal gucken, wie oft ich mit deinem Schwert dich schlagen muss, bis du stirbst. Oh, Marc eskaliert. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Eskaliert ist ja in der Belfi-Aufnahme, die er nicht hochladen will. Nicht gelöscht hat, nur für euch. Ja, weil er... Stell dir vor, wir müssen es sowas geben, Alter. Bro. Ich bin Marc, ich bin zu schlecht, aber ich kann ja nicht hochladen. Tschüss, Dora. Also an Charter lade ich alles hoch. Bald kommt noch ein Live-Kommentary, wo ich richtig verkack, weil wir eine Pro-Lobby haben. Dennis? Was? Dennis? Der war bei mir im Team. Trotzdem. Das war geplant, Leute, mit dem Creeper. Da muss ich jetzt nicht so viel buddeln. Versteht ihr, was ich meine, ne? So. Aber schon direkt 26 Sand hier auf einen Schlag hier bekommen. So muss das sein hier. Was? Auf einen Schlag. Auf einen Wumms. Auf einmal Clash-Boom-Bang. Ich hab diese Sendung noch nie geguckt, find's aber trotzdem behindert. Warum? Ja, ich auch. Die Werbung hat gereicht. Ja. Die Werbung hat gereicht, um mir zu sagen, das ist RTL-Niveau. Ja, das ist für mich eine, ein... Die sprechen eine andere Schicht an, glaub ich. Die Schicht, die... Die sehr lange frei hat am Tag. Die hartst. Die, ähm... Die immer... Ja. Oder, Kevin, du musst dich gleich immer diese bösen Wörter verwenden. Wie so an meine Tür. Wie so an meine Scheiß-Tür. Hau ab, du Scheiß-Zombie. Ich muss mich mal gerade auf Skype beschäftigt stellen. Sorry, Leute. Ich werde hier gerade die ganze Zeit angenervt, 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 angenervt. Nee, nicht angenervt, aber es ist halt so, Leute. So kann ich nicht geflickt aufnehmen hier. Mann! Spast. Das nur einmal, Kevin. Und, und es gibt was. Schon wieder an meine Tür. Das ist ja, da ist schon bestrafen für gerade. Ich bin mein Gott, Mau kann das alles organisen hier. Ich hab alles unter meiner Macht hier. Alles unter meiner Kontrolle. Was hab ich mit Tore, hä? Wo ist der hin, hä? Spontan ist Daisy, oder wat? Kann seiner Sucht wieder nicht widerstehen hier. Musste, musste schnell... Ja, komm, wir haben alle eigentlich wieder was gesuchten. Ja, aber nicht, nicht so, dass ich nicht damit aufhören könnte. Äh, na, so mal. Ja, aber Tore, Tore, Tore kann auch aufhören mit Daisy. Glaub ich nicht. Doch. Also du hast Battlefield, Tore hat Daisy, Niklas hat Nein-Gag und ich hab Piefer. Und ich hab Piefer, also, haben wir alle was. Ja, nur ich frage mich, warum er jetzt gerade aufhört und seiner, seiner Sucht nachgehen muss. Aber er ist auch in der Konfi, das heißt, er spricht dafür, dass er gerade nicht seiner Sucht nachgeht. Ja, aber wieso ist er aus dem Spiel raus? Äh, vielleicht in der Interaktion mit seinem Kacknet nicht? Sein Kacknet? Alter! Ey, das gibt's doch nicht. Kevin? Ja? Halt den Rand, so. Marius, gib zu, du fandst es auch witzig. Ein bisschen. Aber was ist denn los, Niklas? Was ist denn da passiert? Alter. Ich würde vorher merken, würde ich vorher kurz upragen, also richtig, weil sie so... Und so, und fauch, und schrei, und zerstör, 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 und dann... Und dann würde ich erst verrecken, und dann würde ich erst verrecken, und dann würde es erst richtig losgehen noch, ne? Walter, ich komm nicht mal dahin wieder, ey! Ach, du warst erst Strip-Mine, ne? Nein! Nee? Das ist ja der Scheiß. Mann, nee! Ja, Markus, das Up-Rating kommt jetzt. Du Mineratingstück-Scheiße! Ja, Leute, ich mach hier nichts sehr Spannendes, ich müssen Sand farben, aber es ist für den guten Zweck. Ich will meinen ganzen Kappens wieder haben, so. Wenn du das nicht kriegst, dann mach einfach Game-Mode, machen wir auch in letzter Zeit. Die Amonenten unterstützen das, die sind eh alles Hacker und Cheater. Nicht mal, Leute, da draußen. Nein, wir machen kein Game-Bot, Markus. Ja, alle haben Aim-Bot. Keiner macht die Game-Mode, Markus, außer du. Ja, klar, außer ich. Ja, es ist ja jetzt, guck mal, jetzt Kevin schiebt es wieder auf andere Leute. Ich hab noch nie Game-Mode gemacht im Server. Heute, ihr wisst Bescheid, ne? Ihr müsst mir nix mehr sagen. Kevin, der ist immer nur am Rumheulen. Nein! Ich hab noch nie Game-Mode gemacht. Ja, ja, ja. Ja, ist so. Warst du noch nie auf dem Klo, ne? Klar. Was darf? Das ist ein Vergleich, Kevin. Bumm! Vielleicht stirbt ein Teil von meiner Rüstung. Ich weiß nur noch nicht, welcher. Vielleicht hörst du mal aufs Skelett da oben. Schloch. So, ist voll auf die Fresse. Creeper! Du geiles Ding! Blow my Party ab. Oh, Entschuldigung. Er macht das auch noch, ne? Von unten. Ich komm von unten. Zack! Da geht er down, da geht er down. Ey, 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 XP hierbleiben. Oh, hallo, Kraken. Hey. Hi, Tore. Ach, ne. Oh, ich muss noch auftauchen. Ich muss noch auftauchen. Huhn von unten. Komm, zack! Da haben wir halt das Huhn nicht rechnet, mein. Nicht rechnet. Wenn ich joinen, ich finde, das sieht alles so ein Wichsen aus. Das ist natürlich doof. Immer geil da vorne. Erstmal... Jetzt hab ich die Tore nicht zugebaut. Scheiße. Ey, ne, Kassel, was machst du? Jetzt brauchst du das Ding ganz zu. Was? Ja. Jetzt guck ich mir eiskalt die Schilder an, die da stehen. Ne Axt. Ne Axt. Da, zufrieden, Klappspaden. Und noch drei Schilder obendrauf. Na, das finde ich natürlich gastfreundlich. Ja, siehste. Super Service, ne? Ja. Wisst ihr, Tore, das kann nur ein Niklas, ne? Du kannst das nicht. Ich glaube, ich kann so nett sein. Ein Niklas allein. Nein. Der Niklas. Okay. Bisschen... Bisschen irre. Ja. Irre. 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 Aua, aua, die nehmen mich grad von zwei Seiten. Ich will aber nicht. Niklas. Niklas ohne C, mit Z. Boah, Alter. Was ist das? Oh, der hat aber Derbs daneben geschossen, der Kollege. Ja, da hab ich voll auf die Fresse. Gib Niklas mit K. Ja, schlimm genug. Ja. Ich kenn nur Niklas mit K außer ihn. Ja, du bist ja auch... Du kennst nur die Arschlochen, Niklas. Tore, kennst du irgendeinen Niklas mit C sonst noch? Äh, C-K, kenn ich. Voll geil. Voll geil, Alter. C-K, ey. Geht's noch? Niklas, Niklas mit C, K, wie nice wär dat denn? Wieso? Das, ich geb, ich hab keiner ein Ding, was mit C, K. Verdammt, die Eltern konnten sich aber auch nicht entscheiden. Ich will mit C. Ich will mit K. Nehme beides. Okay. Geh mal jetzt aus. Okay, Herbert. Okay, Gisela. Ja, ich komm auch her, das. Weiß ich nicht, ich füge mich mal nicht. Katschen. Was denn da, was war denn das jetzt? Bei mir war es nicht. Ja, das war einfach... Was? Was war das? Tore. Ja, was soll das? Ach ja, ich bin ich schuld. Wieso? Wieso, was sollte das? Was hab ich jetzt wieder gemacht? Ja, du hast irgendwas im Hintergrund gemacht. Du hast natürlich was im Hintergrund gemacht. Ja, Schuhen. Ja, ja. Oh, Schuhen. So, so, dann brennen uns zugucken, Leute. Hammergeile Session hier wieder. Oh, ich hab grad mal streng hier. Oh, mein Kreuz. Oh, knack. Oh, ich hab ja viele Stunden, ne? Hab ich gehört. Wir haben jetzt 13 Minuten, seitdem die Stoppere startet. Habt ihr aber zu spät gestartet. Deswegen würde ich sagen, die Folge ist vorbei. Ja, sieh auch. Ja, nutz mir die Eier und bis zum nächsten Mal. Haul rein, Leute. Tschüss. Hallo, Lecron. So, ne, Moment. Da muss noch ein Besserer kommen, Mann. Willst du noch ne Aufnahme? Nein. Ne, Moment. Ach, ich komm. Scheiße. Ich komm mal, was du jetzt noch ran hast. Ne. Okay, wird euch nix mehr. Haul rein. Tschüss. Ich komm mal, was du jetzt noch ran hast.